Unser spiritueller Aufstieg in die fünfte Dimension läuft auf absoluten Hochtouren und damit ist eine Bewusstseinserweiterung eine absolute Notwendigkeit. Dies ist nur über einen ganz tiefgreifenden inneren Prozess möglich, über den wir heute sprechen wollen. Denn diejenigen, die diesen Weg gehen, sind meist schon von Kindesbeinen an darauf vorbereitet worden. Sie sind sozusagen die Leuchttürme der neuen Zeit und in dieser Folge teile ich einen Aspekt mit dir, der dir einen Hinweis darauf geben kann, ob du für eine besondere Aufgabe in diesem Leben auserwählt wurdest. Des Weiteren wollen wir uns einfach mal so die tieferen Zusammenhänge anschauen, die ganz häufig so im spirituellen Aufstiegsprozess total vernachlässigt werden. Häufig wird so der spirituelle Aufstiegsprozess mit irgendwelchen Eingebungen, mit höheren Wahrnehmungen gleichgesetzt. Aber um da erst einmal hinzukommen, bedarf es wirklich eines ganz tiefen Prozesses in uns selbst. Und da möchte ich dich gerne mit auf die Reise nehmen. Somit werden wir uns ein Stück weit über das Thema Erklärmodell annähern, aber eben auch ganz klar so, dass du herausfinden kannst, okay, wie ist das eigentlich bei mir? Bin ich wahrscheinlich, bin ich eventuell ein Ne oder ein Nähr, der besonders für diesen Weg ausgewählt wurde? Und damit kann dir auch deine eigene Geschichte wie ein Lehrmeister dienen. Und das ist super spannend, weil nichts, was in deinem Leben bisher geschehen ist, war sinnlos. Und egal, wie grausam es gewesen ist. Und wenn wir begreifen, wie wir unsere eigene Geschichte als Lehrmeister sehen und wirklich an ihr wachsen, dann können wir auch die Diamanten bergen, die in ihr liegen. So, ich hoffe, du hast Bock auf diese Folge. Hör sie auf jeden Fall bis zum Schluss. Dann macht das ganze Bild Sinn. Also erst mal zu mir. Mein Name ist Linda Giese, bin seit über 20 Jahren spirituelle Mentorin und bin auch die Autorin von dem Buch Bewusstsein Next Level und die Begründerin der Seinspotenzialmethode. Die Seinspotenzialmethode ist eine ganz einzigartige Methode, denn sie zeigt dir deine Seinspotenziale, also deine absoluten Stärken auf, die wir eben meistens schon seit unserer Kindheit abtrainiert bekommen haben. Und wie wir die wieder aktivieren, das möchte ich dir gerne zeigen in unserer nächsten kommenden Seinspotenzial-Live-Show. Die ist kostenfrei und mit ein bisschen Glück können wir sogar miteinander arbeiten in dieser Show. Deswegen, wenn du dich anmeldest, klemm dir direkt dein größtes Problem unter den Arm und bring es einfach mit in die Show, denn dann gucken wir uns das Thema genau anhand deiner Herausforderungen an und ich zeige dir, wie du nicht nur deine Herausforderungen löst, sondern eben auch deine Seinspotenziale aktivierst. Ich hoffe, du hast genauso viel Lust darauf wie ich. Der Link zur Show, zur kostenfreien Anmeldung, der ist hier im Text zu diesem Podcast zu finden. Okay, widmen wir uns mal dem Thema spirituellen Aufstieg. Denn wer sich ganz, ganz tief in diesen Prozess des spirituellen Aufstiegs und der Bewusstseinserweiterung hineinbegibt, der kriegt den Geist nicht mehr zurück in die Flasche. Die meisten werden von der Erkenntnis eingeholt, dass viele der Probleme und der Herausforderungen, die wir so im Leben haben, aus tief verwurzelten, emotionalen und selbstsabotierenden Blockaden entstehen. Und diese Blockaden, die sind meist durch frühkindliche Erfahrungen geprägt worden, die unsere Fähigkeit in liebevoller Verbindung zu uns selbst und zu anderen zu sein massiv stören. Sie trainieren unsere Seinspotenziale ab, sie verbiegen uns und dann sind wir irgendwann erwachsen und haben irgendeine Rolle eingenommen. Aber so wirklich wir selber sind wir nicht mehr. Wir sind alles endlich so eine wandelnde Blockade auf zwei Beinen. Und beim spirituellen Aufstieg, da beginnt das Ganze zu bröckeln, denn häufig beginnt es mit einem ganz tiefen Wunsch nach Heilung der bestörten Beziehung zu uns selbst. Und so eine ganz unerklärliche Gewissheit, dass da etwas im eigenen Leben nicht wirklich stimmen kann und dass so eine ganz tiefe Sehnsucht nach Frieden, Liebe, Freiheit und auch Ankommen im Leben sich zeigt. Und das sind so häufig die Antreiber, aus der Massenhypnose der Oberflächlichkeiten auszusteigen und tiefer einsteigen zu wollen. Wenn wir das dann tun, dann folgt so ganz schnell die Einsicht, dass so diese emotionalen Blockaden und Verhaltensmuster ja letztendlich aus vergangenen traumatischen Erlebnissen stammen, die zwar irgendwie in unsere Historie gehören, aber nicht wirklich zu uns selbst. Und das ist dann ganz oft so der erste Kontakt mit dem eigenen Selbst, mit dem hohen Selbst. Irgendwie so das Gefühl, dass dich da etwas zu leiten scheint und dich immer wieder antreibt, Antworten zu suchen, ja, die du in den offiziellen Erklärmodellen einfach nicht findest. Deine prägenden traumatischen Erfahrungen können ganz subtil entstanden sein oder offensichtlich oder sogar grausam gewesen sein. Eines ist Fakt, sie hinterlassen immer einen Abdruck auf deine Seele. Wenn zum Beispiel deine Mutter emotional distanziert oder abwesend war oder du zu wenig liebevolle Zuwendungen erfahren hast, vielleicht sogar Ablehnung, Beschämung, Demütigung, Gewalt und Ähnliches, dann kann das so tiefe Wunden in deiner kleinen Kinderseele hinterlassen haben. Und du erlebst das dann oftmals als bedrohlich empfundenes Gefühl von Getrenntheit und Alleinsein. Und das kann sich wirklich bis heute dann in Form von Unsicherheiten, Ängsten, mangelndem Selbstwert, aber auch Mangel im Leben generell zeigen oder dir das Gefühl vermitteln, nicht richtig zu sein oder irgendwie blockiert zu sein. Und auf deinem spirituellen Weg geht es dann darum, diese alten Wunden zu erkennen und sie nicht als Schwäche, sondern als Einladung zur Transformation zu begreifen. Und auch wenn dich keine Schuld an der Verletzung trifft, bist du trotz allem verantwortlich dafür, diese Verletzungen zu erkennen, sie zu benennen und sie zu heilen, zu reparieren. Denn erst wenn wir uns den Schmerzen unserer Vergangenheit wirklich stellen, und zwar heilsam stellen, dann öffnen wir uns für die Möglichkeit einer gigantischen Transformation und aber auch höheren spirituellen Erkenntnissen. Das erfordert Mut und Bereitschaft, uns selbst mit Mitgefühl und auch Geduld zu begegnen. Und somit ist ein ganz wesentlicher, aber oftmals eben auch sehr vernachlässigter Bestandteil des spirituellen Aufstiegs die Fähigkeit zur Selbstregulierung. Und das meint so, in der Lage zu sein, unsere Emotionen, unsere Gefühle, aber auch unsere Gedanken und unsere Energien in so einer Balance zu halten. Auch wenn äußere Umstände oder innere Prozesse herausfordernd sind. Wirklich, dass wir in der Lage sind, den Stress, die Gefühle, vielleicht auch Ängste und all das, was so lebensbedrohlich an Gefühlen in uns ist, dass wir das halten können. Selbstregulierung ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei dem spirituellen Aufstieg. Das gehört nicht nur in die psychologische Ecke oder in die therapeutische Ecke. Es ist ein ganz wichtiger Bestandteil des spirituellen Aufstiegs. Uns ist das unfassbar schwer, auch mit den Aufstiegssymptomen und, 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 und diesen hohen Wahrnehmungen. Das kriegen wir einfach anders nicht hin. Wir müssen die Energien im Balance halten können. Ja, und kindliche Erfahrungen von Ablehnung oder emotionaler Vernachlässigung können unsere Fähigkeit zur Selbstregulierung einfach stark beeinträchtigen. Wir haben das einfach nicht gelernt. Und das äußert sich dann einfach später in stressigen Situationen, ja, dass wir den Kontakt zu unserer Mitte verlieren. Wir neigen dann entweder dazu, auszuflippen oder uns unterzuordnen, uns anzupassen, gefallen zu wollen, depressive Verstimmungen zu entwickeln oder uns eben letztendlich permanent abzulenken mit, keine Ahnung, Arbeit, Social Media, Alkohol oder Drogen oder es gibt ganz vieles. Und das ist auch fast unmöglich, da gesunde Beziehungen zu führen, wenn wir nicht in der Lage sind, uns selbst zu regulieren und den Teil in die Heilung zu bringen, der da nicht in Ordnung ist. Und ich glaube, dass ein wirklich großer Teil unserer sogenannten modernen Welt unter diesem Problem leidet. Die meisten von uns sogar total unbewusst. Einfach, weil es so normal ist und wir es einfach auch nicht anders gelernt haben. Und ich sage dir, ich selbst hatte viele Jahre ein Problem mit Alkohol. Es ist nicht so, dass ich Alkoholikerin war, aber ich hatte einfach die Neigung, zu viel und vor allem regelmäßig zu trinken. Und ich wusste das. Also ich habe viele Bemühungen unternommen, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Das ist immer gescheitert. Und erst als ich mich in der Selbstregulation habe ausbilden lassen, konnte ich von heute auf morgen mit dem Konsum einfach aufhören. Du konntest einfach einstellen. Ich brauchte ihn nicht mehr. Und durch das Erlernen und somit an mir selber Anwenden verschwand mein Problem von ganz alleine. Und viele Teilnehmer in unserem Seinspotenzialprogramm, die berichten Ähnliches. Also, dass sie die ungesunden Gewohnheiten, die sie zur Regulationskompensation nutzen, dass sie die auf einmal einfach weglassen, sobald sie bei uns gelernt haben, ihre Gefühle zu regulieren und diese halten zu können. Und das ist so einfach. Durch die bewusste Selbstregulierung, da erlangen wir einfach wieder Kontrolle über unsere Innenwelt zurück. Und das ist ein total liebevoller und sensibler, traumasensibler Prozess, natürlich mit ganz viel Liebe und ein bisschen Geduld. Aber die Belohnung, die ist einfach immens. Ein tiefes Gefühl von innerem Frieden, ein klarer Geist und die Fähigkeit, ja, unsere eigene Wahrheit zu leben. Ich glaube, das ist so was ganz, ganz Wichtiges, dass wir aufhören, uns zu verbiegen, sondern dass wir mit uns so gut in Kontakt sind, dass wir unsere Wahrheit kennen und diese eben auch leben können. Ja, unsere inneren Zustände zu regulieren, wird eben auch den Weg freimachen für höhere Bewusstseinsebenen. Ich sage das immer so, denn wenn der ganze Bullshit aus dem Kanal raus ist, dann werden wir eben auch empfänglicher für die Informationen, die von unserem höheren Selbst herrühren. Vorher kann das einfach nicht gehen, das funktioniert nicht. Und auch wenn es den meisten von uns klar ist, möchte ich trotzdem nochmal betonen, dass spiritueller Aufstieg somit nicht bedeutet, die Welt zu verlassen oder in irgendwelchen spirituellen Sphären abzudriften und auch nicht sich von den Menschen um uns herum abzuwenden, abzuschotten. Nein, ganz im Gegenteil, es geht darum, tiefer in dein Leben einzutauchen und die Beziehung zu dir selber zu heilen und eine authentische Verbindung mit anderen einzugehen. Und jeder Einzelne, der sich auf den Weg macht, zählt. Denn indem wir unsere eigenen Wunden heilen, tragen wir zur Heilung des Kollektivs bei und erschaffen eine Welt, die auf Liebe, Mitgefühl und Einheit basiert. Der Weg des spirituellen Aufstiegs ist eine Reise zu uns selbst. Das müssen wir einfach festhalten. Und dort begegnen wir der Dunkelheit unserer Vergangenheit. Und die können wir dann hinter uns lassen. Und unseren Potenzialen und uns unserer Seele zuwenden. Und eben dieses Leben in Frieden und tiefer Erfüllung führen. Und auch wenn der Weg vielleicht nicht immer einfach erscheint, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, er ist es wert, gegangen zu werden. Jeder noch so kleine Schritt, den wir tun, bringt uns näher zu dem, was wir wirklich sind. Nämlich ein strahlendes Wesen des Lichts. Das in der Lage ist, Liebe in ihrer reinsten Form zu erfahren und diese eben auch weiterzugeben. Und deswegen spreche ich auch von Auserwähltsein. Denn diejenigen, die schon als Kind durch erfahrenes Leid tief in die Getrenntheit absteigen mussten, tragen durch ihre eigene Transformation zu einem Leben in seiner ganzen Tiefe und Schönheit bei. Wenn du solche Menschen triffst, dann siehst du es in ihren Augen und du spürst es in ihrem Energiefeld. Du hörst es in ihrer Stimme und in der Weisheit, mit der sie sprechen. Und vielleicht gehörst du ihr auch dazu. Mach deine leidvolle Geschichte zu einer Heldenreise. Und wenn du möchtest, dass ich dich dabei unterstütze, dann melde dich für die nächste Science Potential Show an. Ich freue mich ganz doll auf dich. Vielleicht magst du mir auch sehr gerne bei Instagram folgen. Ich wünsche dir von Herzen das Allerallerschönste. In Liebe, deine Schwester im Geiste, deine Linda.